Das Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie, eine Initiative des Bundesfamilienministeriums und des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, gibt es seit 2007. Die Familienfleischerei Bittner im nordrhein-westfälischen Steinfurt hat sich der größten Plattform für familienfreundliche Personalpolitik in Deutschland als sechstausendstes Unternehmen angeschlossen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Deswegen sind wir auch dem Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie beigetreten. Auf dem Willkommenstag in Osnabrück habe ich einige Firmen kennengelernt mit neuen Ideen und interessanten Anregungen, die wir bereits umgesetzt haben oder die wir noch umsetzen werden. Die Unternehmen im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie sind davon überzeugt. Nur familienfreundliche Arbeitgeber bekommen auch künftig die Fachkräfte, die sie brauchen. Kemal Sakiri weiß, warum er genau hier arbeiten möchte. Niklas Böhm hat sich ganz bewusst für die Ausbildung in einem familienfreundlichen Unternehmen entschieden. Hier fühle ich mich sehr wohl, die Atmosphäre ist gut, die Arbeitskollegen sind nett, die Chefin fördert mich und es macht sehr viel Spaß hier zu arbeiten. Familienfreundliche Schichtplanung. Die Fleischerei Bittner erklärt anderen Netzwerkunternehmen sicher gerne, wie das hier in Steinfurt funktioniert. Das ist ein Puzzlespiel, jede Woche aufs Neue und es lohnt sich aber auch, weil Mitarbeiter und die Firma davon profitiert. Und wenn es trotz guter Planung mit der Betreuung mal nicht klappt, kommt das Kind einfach mit ins Büro. Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das bedeutet heute nicht mehr nur, dass Beschäftigte in ihrer Rolle als Eltern und Großeltern unterstützt werden. Wir haben festgestellt, dass das Thema Pflege immer häufiger kommt. Und deswegen war es auch super toll, als wir auf einer Netzwerkveranstaltung den Pflegekoffer kennen gelernt haben. Den haben wir uns angeschafft und jetzt kann ich viele Fragen zum Thema Pflege konkret beantworten. Sich austauschen, voneinander lernen. Die Mitgliedschaft im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie hat viele Vorteile. So kann zum Beispiel das Netzwerklogo werblich eingesetzt werden. Wir benutzen das Logo Erfolgsfaktor Familie auf unseren Etiketten, weil wir wissen, dass unsere Kunden es sehr zu schätzen wissen, dass wir uns für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagieren. Also wir sind dabei und ich empfehle anderen Unternehmern mitzumachen. Es lohnt sich definitiv. Die Mitgliedschaft im Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie ist übrigens komplett kostenlos. Das Netzwerk wird im Rahmen des Programms Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestalten, durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Europäischen Sozialfonds gefördert. Mehr Informationen unter www.erfolgsfaktor-familie.de 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 www.erfolgsfaktor-familie.de